So und ein LP auf der Map, West Rage. Boah, ich steig ja gleich schon gut ein. Oh scheiße. Da hat mich der... Wer war das? Howdy? Howdy? Ich konnte jetzt nichts lesen. Ach doch, der Howdy. Hat mich erstmal gekillt hier. So, jetzt rennen wir mal mit der Marciazlusflinte rum. Schon länger nicht mehr mit der gespielt. Dann wollen wir mal los... Boah, verdammt. Scheiße, oh Gott. Howdy, hä? Hä? War der hinter mir? Wo ist der denn? Hörst du mich für Kacke ein? So, nicht mein Freund. Scheiße, Mann. Jetzt nehme ich ein Hunderter von, ey. Das war ja sehr geistreich, echt. So, West Rage. Oh, da haben wir ihn doch gehabt. Den verbarrikadieren wir mal zu hier. Hier ist ein unterirdischer Gang. Da kommt man auf irgendeine andere Seite. Irgendwo anders hier hinten auf jeden Fall. So, ach genau, hier ging es ja hoch. Doch, doch, nicht nur. Ich bin eben rausgeflogen. Deswegen bin ich jetzt, äh, mittendrin gejoint. Aber ist ja noch ziemlich am Anfang gewesen. Warum auch immer, BF hat mich wieder rausgeschossen. Wo sind die denn alle hier? Äh? Oh Gott. Ah, da ist er doch, da ist er doch, da ist er doch. Ja, wieder eingekillt. Geht doch. So einigermaßen. Ich glaube, sonst gibt es ja auch keine Wege. Das ist, glaube ich, der einzigste Weg hier. Im Untergrund. Auf jeden Fall habe ich bis jetzt noch nichts Geheimes entdeckt mehr. Oh, Alter. Was ist das? Da hat er aber gehakt, ey. Er wird mich irgendwo hängen geblieben? Oder was war da los? Ja, komm. Wo steckt er? Wo steckt er? Ist er noch über mir? Ah, der ist noch da. Na? Ah, hat er mich? Scheiße. Nicht gut. So. Durch die Tür. Das ist immer geil, dass man da durchschießen kann. Eigentlich müsste man... Krass. Komm, 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 komm. Nee, nee, Drill. Alter, komm. Nein, das ist meiner. Verzicht euch hier. McFitty, was machst du da? Hau rein jetzt. Mah. Schade, schade. Fast hätte ich ihn gehabt. Ey, die fühlen. Das geht nicht. Wir müssen uns mal ein bisschen anstrengen hier. Ich habe gerade Schaden gekriegt, obwohl ich noch gar nicht um die Ecke war. Also das ist ja... Das geht ja gar nicht hier. Oh, Mann. So. Jetzt machen wir uns mal ein bisschen hier... Scheiße. Komm, ich versuche mal zu denen von hinten zu kriegen jetzt. Muss ich natürlich erst mal da hinkommen. Bin ich wanted? Ja, ich bin wanted. 200 Leben. Okay. Die sind beide da hinten jetzt. Scheiße, komm. Warte mal, da ist doch irgendwas. Wo steckt ihr? Da ist er, ist er, ist er, ist er schon. Meiner. Haha, sorry, Fitty. Hinter dir. Na, wären wir jetzt bloß im TS, ne? Oder ich besser gesagt. Bloxy nicht eingespielt. Boah, 10,5 ist doch noch okay. Das ist meine erste Runde, ja? Falls du das wissen willst. Heute. Bin gerade eben noch von der Arbeit gekommen. Jetzt spiele ich die erste Runde. Und ich brauche ein ÖP. Und gleich geht es ab woanders hin. Aber, mein Gott. Ist doch alles noch im grünen Bereich. Solange ich positiv bin, ist alles gut. Bin ja eh kein KD-Spieler. Oh, komm, komm, komm. Na, ah, schade. Ich dachte, der läuft jetzt rein. Oh, alter, 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 alter. Ach, damit noch kurz. Komm, du läufst jetzt um die Ecke und in die Booms lenken. Nein, schade. Das wäre so schön geworden. Wir können die aber mal hier reinlocken, ne? Loggen. Loggen. Na, kommt schon, kommt schon. Wo sind die? Doch, da. Ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Sehr gut. So wird's gemacht. Kommt der Drill auch noch? Nein. Ja, wanted. Genau, nimm es mir weg. Danke dir. Oho. Ja, ich hab getroffen. Ein Wunder. Wie, ich hab... Hä? Das hab ich nicht geguckt. Das muss ich mir im Video nochmal angucken. Was hab ich denn verloren? Hat der mich nicht gehittet oder was? Oder hab ich nur Rüstung verloren und sonst nichts? Kann doch nicht sein. Nein, nein, nein. Oh, boah, der hat gut erwischt. Scheiße. Ich muss anderen Weg nehmen, ey. Das geht nicht. Von hinten angreifen. Aber sofort. Zack, zack, zack. Wo ist er... Alter, Schock. Kann doch nicht wahr sein. Oh, da ist auch schon der nächste. Komm, 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 jetzt. Das schaffen wir aber hier. Na? Komm durch. Komm. Komm. Na, Boomsling, bist du vorbei. Das hab ich gesehen. Na, komm, Radar. Oh, das ist so fies. Jetzt weiß er genau, wo ich bin. Hä? Wo sind sie hin? Die waren doch eben noch hier. Alter. Mach keinen Scheiß. Untergrund? Ah, warte mal. Ja, da hinten sind sie. Du hast den Fettig gekillt. Das gibt Rache. Scheiße. Wie schnell der mich gezogen hat jetzt wieder. Komm, komm, komm. Lass dich doch nicht. Weg hier. Pass auf, die sind da hinten, Mann. Lauf dir nicht in die Arme. Ich versuch die mal von der anderen Seite zu packen. Nee, 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 mein Freund. Von wo? Achso, der dreht sich noch nicht mal um. Was ist das denn? Wo spawnen die überhaupt? Oh, scheiße. Stecken hinterm Kaktus. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Hey, holly, was ist los? Bist du AFK oder was? Scheiße, komm. Ah, jetzt krieg ich noch einen Kaktushit hier. Das kann ja nicht sein. Nee, nee, Drill. Danke, Fitty, dass du den schon so gut angehittet hast. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, was soll ich sagen? Boah, schicke kleine Map, ne? Ist ja nichts Großartiges, soll ja auch nicht sein. Paar Wege. Ein Geheimweg unten. Ich bin fast tot. Hab's aber noch gerade so überlebt. Okay. Alter, wo? Kaktus, okay. Nein. Der kommt hier lang. Komm, Fitty, jetzt zusammen. Hau rein. Alter, was ist das denn, ey? Komm, 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 schnell. Respawn, respawn. Der war doch hier noch eben, oder? Ah, wo ist er jetzt schon wieder lang? Drill. Wo bist du? Ah, wir haben verloren. 43,30. Ja, sehr gut. Na, immer noch 50%, 20,10. Passt doch noch. Fürs erste Spiel ist das ganz gut. So, bewerten. Ja, gefällt mir. Ne kleine, funnige Map. Und, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.